So, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt die Cam an und werde jetzt mal eine Anmoderation machen. Und zwar, wir sind jetzt hier gerade bei the one and only DJ Tobi im Auto und aus irgendeiner komischen Fügung muss ich hinten sitzen. Da gibt es nichts zu lachen. Da auch noch. Und ich bin noch nicht alleine, Tobi fährt. Angie, ich zeige euch gleich nochmal. Sie sitzt vor mir und koordiniert. Ja, ganz professionell. Ganz professionell und ich mache jetzt einen guten Eindruck und gucke aus dem Fenster oder lasse mir noch irgendwas vor heute Abend einfallen. Oder, ich meine, keine Ahnung, ehrlich gesagt, weiß ich es noch nicht. Also, wenn du dich mit Logic auskennst, kannst du noch einen Dreck produzieren unterwegs. Ja, hast du denn deinen Laptop dabei zu produzieren? Ja, also, du könntest noch. Achso, ja, dann können wir eigentlich, eigentlich kann ich nochmal ein Tool für nachher machen. Nochmal schnell, ne? Und du möchtest auch nochmal an die Kamera winken. Das ist die Angie. Das ist die Angie. So, Tobi, der ist auch nochmal gewunken. Ich muss auch einmal nach vorne kommen. Gewinkt, gewunken, gewanken. Voll scheiße. Ich auch immer. Nachher wank ich, jetzt wink ich. Achso, jetzt winkst du, nachher wankst du. Damit haben wir die Frage geklärt, danke. Und, äh, so, wieder ein Auto überholt. Juhu. Und, ähm, ja, bevor ich jetzt noch mehr sinnloses Zeug von mir gebe, werde ich erstmal die Kamera ausmachen. Wir könnten aber noch alle neune spielen mit dieser Baustellen-Gedöns da eben. Nochmal bitte? Wir könnten hier alle neune spielen mit diesen Baustellen-Pylonen und die alle umfahren. Achso. Ja, das werden wir, also, das machen wir nachher mal, wenn uns dann wirklich extrem langweilig ist. Und, äh, bis dahin versuchen wir einfach gerade mal heil durchzukommen, würde ich sagen. Und, ja, ich melde mich nachher nochmal. Also, bis dann. Na ja, jedenfalls auf dem Weg nach Wismar und das Navi sagt noch 49 Minuten, Ankunftszeit 23 Uhr. Das wird aber knapp, oder? Eine halbe Stunde. Ja. Na ja, gut, dann werde ich jetzt mal schnell austrinken. Und, äh, ja, aber wenn ich schneller trinke, kann ich ob ich schneller fahren. Na ja, wir testen es aus. Du musst dein Milchstück erstmal haben. Ja, eben. Meinst du, darin, darin liegt die Schwierigkeit? Ja. Achso. Ja. Du musst dein Milchstück erstmal auf dem 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 Milchstückstückstückstückstückstückstückstückstückstück Das ist übrigens der neue Hamburg-Kart-Seil für Bobbycat. Das ist übrigens der Kart-Seil für Bobbycat. Das ist übrigens der Karte. 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 Das ist übrigens der Karte.